In diesem Video gebe ich dir eine Übersicht über alle Anschlüsse, die sich auf der Rückseite des Behringer X32 Mischpults befinden. Fangen wir ganz rechts an. Hier befinden sich oben die 32 XLR-Eingänge, die dem Mischpult auch seinen Namen geben. Und wir sehen, jeweils besteht so ein Eingang aus einem XLR-Anschluss, einfach um Mikrofone oder auch die iBoxen oder sämtliche andere Dinge anzuschließen, die man mit dem XLR-Kabel verbinden kann. Und darunter ist noch eine kleine rote LED und die leuchtet dann, wenn Phantomspeisung auf dem XLR-Anschluss anliegt. Die Phantomspeisung kann man auf dem Mischpult ein- und ausschalten, um zum Beispiel Kondensatormikrofone oder auch aktive iBoxen mit Strom zu versorgen. Davon gibt es eben 32 Stück. Und dann links daneben sehen wir insgesamt 18 XLR-Ausgänge und diese sind standardmäßig auch vorbelegt. Allerdings kann man da jeden einzelnen Ausgang belegen, wie man möchte. Standardmäßig ist zum Beispiel das links-rechts-Master-Signal auf den Ausgängen 15 und 16. Aber da kann man eben ganz frei belegen, wie man das möchte. Links daneben befindet sich der Control-Room-Ausgang. Und das ist dafür da, um Lautsprecher anzuschließen, die dasselbe Signal wie der Kopfhörer tragen sollen. Beispielsweise im Studio ist es super praktisch. Oder auch, wenn man nicht unbedingt die ganze Zeit mit Kopfhörern, sondern möglicherweise auch mit einem Lautsprecher am Mischpultplatz arbeiten möchte. Hierüber hört man zum Beispiel, was man gerade Solo geschalten hat. Darunter befindet sich dann noch der Ein- und Ausschalter mit dem Stromanschluss. Nebenan befindet sich ein Einschub-Slot für eine Erweiterungskarte. Standardmäßig ist da die Firewire- und USB-Karte eingesteckt. In diesem Mischpult gibt es jetzt eine USB- und SD-Recorder-Karte. Aber da gibt es auch noch ganz viele andere, wie beispielsweise Dante, die man dann optional dazu erhältlich kaufen kann. Hast du Interesse an einem kompletten Pult-Setup, so wie ich es nutze? Dann kannst du sehr gerne in der Videobeschreibung mein kostenloses Preset runterladen. Das Einzige, was du tun musst, ist, dich für ein Newsletter anzumelden. Aber keine Angst, da kommen weder ständig E-Mails noch irgendwelcher Quatsch. Du wirst ausschließlich über X32-Inhalte informiert werden. Mittig auf der Rückseite des Mischpults befinden sich da noch einige Schnittstellen, die zum Teil digital sind. Wir haben hier zum einen das Remote-Control über USB und über Ethernet. Damit lässt sich das Mischpult zum Beispiel über einen Computer fernsteuern, um nicht alles, zum Beispiel die Namensgebung oder sowas, auf dem Mischpult machen zu müssen, sondern eben vom Computer, wo man eine richtige Tastatur hat. Das macht es tatsächlich sehr viel einfacher beim Setup. Daneben befinden sich MIDI-Ein- und Ausgänge, um dem Pult MIDI-Signale zu geben, MIDI-Befehle oder auch das Pult etwas anderes fernsteuern zu lassen. Daneben befindet sich ein AES-EBU-Ausgang. AES-EBU ist ein digitales Format. Über XLR-Kabel kann man damit zwei verschiedene Kanäle, also zum Beispiel die Links-Rechts-Summe oder auch irgendwas anderes, übertragen. Ich habe das zum Beispiel schon häufiger benutzt, um da einen Stream-Send, also quasi eine separate Stream-Mischung an einen Blackmagic-ATEM-Bildmischer zu senden. Die haben nämlich zum Teil AES-EBU-Eingänge und so hat man eine digitale Audio-Verbindung von dem einen zum anderen Gerät. Neben dran befindet sich Ultranet. Das ist ein Behringer-eigenes Personal-Monitoring-System und da kann man über ein ganz normales Cut-Kabel die Peripherie von diesem Personal-Monitoring-System anstecken. Über die nächsten beiden werden wir uns häufiger noch Gedanken machen, nämlich die AES-50A und B-Anschlüsse. Das ist prädestiniert dafür, um zum Beispiel digitale Stageboxen anzuschließen oder auch um zwei Mischpulte zu verbinden, wenn man beispielsweise eines als FOH-Mischpult und eines als Monitoring-Mischpult haben möchte oder eben wenn man nur eine Cut-Verbindung zwischen der Bühne und dem Mischplatz haben möchte, dann kann man digitale Stageboxen über diese AES-50A und B-Anschlüsse anstecken. Und dann zu guter Letzt finden wir hier auf der Rückseite noch AUX-In und AUX-Out als analoge Anschlüsse, hier jeweils als Klinke und manche davon auch als Cinch ausgelegt. Die AUX-Eingänge, die unterscheiden sich von den Mikrofoneingängen dadurch, dass sie keinen eigenen Vorverstärker haben. Das heißt, hier werden schon vorverstärkte Signale, wie beispielsweise von einem Laptop oder von diversen anderen Geräten, die so typischerweise als AUX-Quellen dienen, angeschlossen. Und hier hat man da eben nochmal sechs Ein- und sechs Ausgänge, um sie für diverse Aufgaben zu nutzen. AUX-Auxiliary bedeutet ja Hilfsausspielweg sozusagen, um vielleicht einen Stream oder eine analoge Aufnahme auf einem separaten Gerät oder vielleicht auch ein weiterer Kopfhörermix oder sowas zu bespielen mit Audio. Allerdings sind diese AUX-Eing- und Ausgänge ein bisschen weniger voll ausgestattet als zum Beispiel die Mikrofoneing- und Ausgänge, was Processing angeht. Und damit hätten wir auch alle Anschlüsse dieses Behringer X32 bereits gesehen und mal kurz benannt, was sie für eine Aufgabe haben, beziehungsweise wofür man sie vielleicht nutzen könnte. Wobei das natürlich in keiner Weise vollständig, sondern einfach nur ein Beispiel ist. Es gibt ganz, ganz viele Optionen, diese ganzen Anschlüsse zu nutzen und die, die ich gerade genannt habe, sind einfach die, die ich am allermeisten in der Praxis verwende.